Und dann mal, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Age of Legend. Wieder eine Runde, aber heute mit Amumu. Ich bin relativ gespannt. Die Leute schrieben, oh, gute Gruppe. Bin aber allerdings nicht davon so der festen Überzeugung. Ich denke, ich mag Amumu vielleicht ein guter Schemm sein, alles drum und dran. Aber ich kann ihn nicht spielen, mag ihn auch nicht. Auch als Gegner nicht. Ja, ich spiele doch mit mir, meine Fresse. So, wir haben ein Hammer-Banage-Versor-Dranziehen, Verzweiflung, nahe Gegner erleiden jeder Sekunde 8 plus 1,5 prozent ihres Maximal-Annebens-Machischen-Schaden. Amumu erleidet um zweifelnden Schaden durch normale Angriffe, Amumu entfestet seine Wut und verursacht. Oh, ich lasse mich jetzt mal treffen mit dem Scheiß. Nice! Good job! Sehr schön! Ja, ich schein' ja mal nur noch ganz so schlecht zu sehen, okay. Na! Door trust mich nicht. Willst du mich verarschen, Puppi? Oh, 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 oh! Da wollte ich wohl ein bisschen zu viel. Und ich spiele doch mit Mana. Das ist ja wieder Kacke, oh! Ich hasse Mana Shams. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass ich ohne Mana Shams halt die krasseren Gegner sind. In jeglicher Art und Weise. Man hat einfach auf nichts achten müssen. Das ist einfach so. Da kommt der Schwede mit so einem hässlichen Kartenspiel hin. Aber wir machen schon gut Druck auf die Lanes. Das steht 4.1. Das ist gut. Ja, da sollte man nicht hinterher gehen. Das wäre glück äußerst Unsinn. Ja, dazu muss ich auch nicht stehen bleiben. Ja, wo du weißt, kann. Ach shit, die war da noch im Busch. Oh. Naja, Papi, mach mal. Ich will Sterne. Ich will holen. So, jetzt schon mal. Kannst so toll war, ist jetzt wofür nicht, aber wir nehmen einmal nach unten in der Schatten Game-Strike. Dann sind sie doch schon wieder anwesend. Anwesend? What the fuck? Jetzt räumen die uns aber ganz schön auf, ey. Wie die Eier. Ähm, hm, 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 hm. Ah, 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 ah. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ah, ah, da neben, ah, holen wir. Oh, the fuck. Die-dum-di-dum-dum-di-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Deswegen haben wir uns keine Freunde. Erstmal reinrennen. Jawoll. Und die ist da. Flugzeugträume. Ja. Umwickelt nachher Gegner. Sehr geil. Ähm, naah. Wer nur Narcissus und sich verarschen oder was? Na, ich will doch nur freuen, ne? Jetzt kommt die Biatcho, ja, von da? Boah, wie ich wieder nur Narcissus bekomme, eh? Pff, das ist so lächerlich, eh? Nö, nicht mit mir. Pisa hat keinen bekommen, ne? Boah, übersackt, ey. Was soll ich da drüber machen? Ah, komm wieder weg. Ja, danke, dass du mir das jetzt wegnimmst, äh. Wo ist denn Arschloch? Na, nur für Gottes Heilung. Ja, die Poppys nicht zu unterschätzen. Ho, 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 ho. Endlich mal Belohnung, äh, Belohnung für mein Handeln. Ist ja schön. Ah, schön, ich wollte irgendwie noch wegflaschen, aber es hat nicht mehr funktioniert. Ähm, haben wir schon... Nehmen wir das den mit. Da hat 80 Leben, ne? Ähm, bisschen mal Resistenz, bis zum Monakling Zeit verringern. Ja, wo das denn auch schon geiler wäre. Nehmen wir den so mit. Ah, erstmal gucken, ob ich den bisschen auf Tanky machen. Das halt die Gegner mich rüber anzugreifen. Und so, die anderen so ein bisschen in Ruhe lassen. Oh, Flucht, der traurige Muni, sind auch wieder frei. Sehr schön. Gucken wir mal, wie wir da uns gleich vorhelfen. Ja. Hm. Hihihihi. Ja. Ich weiß. Nö, das. Jetzt heilt er sich. Komm doch, hilf doch. Ach, shit. Ach, Mann. Oh, 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 oh. Fick dich. Gibt's doch gar nicht. Ich bin am constants okay, Leleku. Nein. Ich möchte meiner Kindermasser,면ouders komm, alleine, ich mach mal momern,bitter bitte, bitte man, mal, 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 mal. Ich bin moiner als cũng noch nicht alles. Das tut zu ihm sicher ist Länd rom hè Fick dich! Biotch! Spiele! Danke fürs Mana, endlich mal. Jetzt heißt das Tower-Beschützen. Hm. Oh mein Gott, das will. Aua. Schädig, ich bin so ein Creep reingezogen, ey. Boah, ist ja ätzend. Ja, jetzt haben wir doch das Fissenswil mal hin oder was? Nee, nee. Kumpelatze. Hat der wie? Wie geil das einfach nur ist. Ähm. Jawohl. Klack. Bam, Reinhardsteil. Ähm. Das nächste ist... Ähm, nehmen wir uns mal das gefrorene Herz vor. Ach, hier dominieren wir gut. Das gefällt mir diesmal. Nach zwei Spielen nur Niederlagen. Ist das schon mal eine schöne Abwechslung, mal wieder zu gewinnen wahrscheinlich. Viel Spaß bei der Stürme der Brücke! Ähm, wie man weiß, hat man ja schon alles gesehen, ne? Von wegen, wir gewinnen und fallen in ein Hochhaus. Ach, scheiße, alles. Alter, das schon ihr habt. Da kannst du noch so führen. Sobald sich die Gegner so ein bisschen aufgerappelt haben und aus ihrem Trott raus sind, geht wird richtig auf Fressbrett. Komm doch her, spiel! Komm doch her, spiel! Ich will doch mal spielen! Oh. Oh. Die, Bitch. Die. Ebenso. Ach, da kann man so ein bisschen spät. Ups. Hier, ähm, da. Hey, was machst du da? Nicht schlecht, will die gut einpacken. Aber jedes Mal kriege ich nur einen behinderten Scheißassist, ey. Echt kacke, ey. Alter, wie, einfach nur noch aus Fressbrett krieg ich die alle ein. Hey, ich habe nicht los, ey. Ich habe noch voll mein Farb, ey. Fick dich rein, ey. Das geht schon gut ab, ey. So, ansonsten macht mir der Amumu doch ein bisschen Spaß, glaube ich. Alter, wieder nur ein Assist, ey. Soll ich verarschen? Danke. Na, ich bin da noch getroffen. Naja, 2000 Leben aufzufrischen, ist so gut, ne, beide, ne? 3000, warum ist das so? Ne, ne, doch doch. Aber ich habe so viel Leben, ey. ciao. Ich nehme dich, ich nehme, duo, ich nehme so viel, jetzt bin ich dich dran. Hahahaha Ich will mich nicht tot kriegen, das ist so geil. Endlich mal. Ich will mich nicht mehr aufzuhalten, wenn ich gelebt habe, ey. Ich habe Arsch, ey. Ja, ich muss ja irgendwann mal sterben, ich will ja auch Sachen haben. Das ist ja 30 Assists, ey. Das ist so übelkrank, ey. Haben wir nicht auf... Warte mal. Kaufen wir noch. Dann holen wir uns einfach noch mal Rostum. Aber wie ich sehe, geht das hier eigentlich auch schon im Endeffekt. Danke. Ah, Popi sollte mal nicht im Weg stehen. Na schade, ich dachte, da kommt noch hin. Na ja. Auf dem Rückplatz weg sind. Und... Ich bin ja auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020